...an seine Erfolge in den 80ern anzuknüpfen. In dieser Zeit waren folgende Titel von Michael Jackson besonders erfolgreich. Wie man sieht, für Leute, die ganz gut lesen können, sieht man erstmal gar nichts. Oh, da kommt es! Oh, toll! Die Fußballfans passen wirklich sehr gut zu Michael Jackson, also Respekt, hat man wirklich toll ausgewählt. Die Bontempi-Musik im Stereo-Sound ist unglaublich geil. Und der Text, es ist, also, sie können hier gerne auf eine Rauchen gehen, sie verpassen garantiert gar nichts. Der Sprecher schläft ein, die Sprecherin, das ist der Hammer. Unglaublich, wenn man diese Sprecherin sieht. Und der Sprecher, Moonwalk, der Moonwalk heißt es und nicht der Moonwalker. Michael Jackson, der Moonwalker, machte ihn berühmt. Hallo, der Moonwalk! Also, völlige Stimperarbeit, was hier geleistet wird. Also, dieses DVD ist wirklich ein Witz. Also, wer diese Texte sieht, ja? Und es geht minutenlang. Es ist ein Witz. Also, wer Michael Jackson Fan war und dieses Video gesehen hat, ist garantiert kein Fan mehr. Also, das ist ein Witz. Es ist nicht einmal Michael Jackson im bewegten Bild zu sehen. Und das ist eine Biografie. Ja, nee. Noch nicht mal ein einziger Song von Michael ist nur ansatzweise zu hören. Ja, nee. Tolle Biografie. Ach ja, gucken Sie mal. Ja, wow. Jetzt sind wir schon bei 97. Stunden später. Und die Fußballfans passen absolut zu Michael. Oh, jetzt hier die Musik. Ich bin begeistert. Absolut. Da wird man... Oh, ja, oh. Haben Sie den Übergang gehört? Oh, toll gemacht. So lächerlich. Also, wer diese DVD kauft, gehört gefiert halt. Entschuldigung. Auf Wiederhören. soda now, auf Wiederhören. Das ist ja, das ist ja, das ist ja! Oh, ja.